Nein, bitte nicht. Und darüber wollen wir jetzt sprechen mit dem Sportredakteur Joscha Weber. Herzlich willkommen hier bei uns. Schön, dass Sie da sind. Aberglaube hatten wir gerade als Thema. Sie haben ja gerade gesagt, Sie sind selber Hobbysportler, haben auch selber Fußball gespielt. Kennen Sie das? Bringt das was, ein Aberglauben zu haben, mal abgesehen von allen mythischen Aspekten? Ja, ich glaube, das ist jedem selber überlassen, ob er daran glaubt oder nicht. Ich habe das auch früher mal gemacht und habe halt quasi den einen Bein vor das andere aufs Spielfeld gesetzt. Aber ich habe damit relativ schnell wieder aufgehört, weil mir dann auf dem Spielfeld eingefallen ist, Oh, heute habe ich es vergessen, darauf zu achten. Und das hat dann irgendwie so eine Art negativen Stress verursacht. Deswegen, ich habe mich heute von solchen Ritualen verabschiedet. Aber es gibt ja in der deutschen Nationalmannschaft da den einen oder anderen, der das anders sieht. Genau, das haben wir gerade eben im Beitrag gesehen. Polen ist ja als Nation auch eine Mannschaft, die noch ein bisschen am Aberglauben hängt. Könnte den Polen dann vielleicht ja auch heute Abend helfen oder auch nicht. Wir schauen mal auf die Mannschaft. Polen gilt als stärkster Gruppengegner in dieser Gruppe C. Sehen Sie das ähnlich? Definitiv. Die Polen sind eine sehr, sehr starke Mannschaft, die auch über die letzten Jahre gewachsen ist. Ich glaube, das Heimturnier 2012 in Polen und der Ukraine hat der polnischen Mannschaft, dem polnischen Fußball insgesamt, Auftrieb gegeben. Wir sehen, dass viele gute Fußballer Polens mittlerweile auch im Ausland spielen, haben damit natürlich auch Taktik und auch Technisches mit zurück ins Heimatland wieder reingebracht. Wir haben echte Topstars mit Robert Lewandowski, den wir eben gesehen haben. Es gibt derzeit für mich keinen besseren Stürmer auf der Welt. Das ist ja auch schon mal eine Ansage. So einen Mann muss man erst mal ausschalten auf deutscher Seite in der Defensive. Die Polen sind für mich in der Tat der stärkste Gegner. Und das wird eine ganz, ganz harte Nuss heute Abend für die deutsche Mannschaft. Das heißt, die Spieler der Polen haben eine hohe individuelle Klasse. Würden Sie das unterschreiben? Das kann man auf jeden Fall unterschreiben. Und vor allen Dingen haben sie eine große Stärke und das ist das Konterspiel. Joachim Löw hat sie ja als die stärkste Kontermannschaft vielleicht überhaupt bei dieser EM tituliert. So weit würde ich vielleicht nicht ganz gehen, aber ich würde sagen, das überfallartige Umschalten auf die Offensive ist ganz klar die Stärke der Polen. Und mit einem Mann wie Robert Lewandowski vorne, der die Bälle halten kann, der sie aber auch verteilen kann und der zugleich torgefährlich ist, ist das ganz schwer zu verteidigen. Also da kommt viel Arbeit auf die Deutschen zu. Wenn man Robert Lewandowski gut verteidigt, hat man eine Chance auf Sieg? Ja, definitiv. Die deutsche Mannschaft hat die Qualität. Sie haben sich im ersten Spiel, glaube ich, auch ein bisschen freispielen müssen. Die Ukraine war da zunächst ein Gegner, der es der deutschen Mannschaft ein bisschen schwer gemacht hat. Aber vielleicht waren es auch die eigenen Nerven, die da so eine gewisse Rolle gespielt haben. Knackpunkt ist für mich nach wie vor die Verteidigung. Da muss die deutsche Mannschaft einfach noch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, eine Stabilität finden. Wahrscheinlich wird Skodran Mustafi spielen, weil Mats Hummels doch noch nicht ganz auf der Höhe ist, konditionell, die man braucht, um gegen Robert Lewandowski verteidigen zu können. Aber ich denke, diese Formation muss sich auch noch finden. Die deutsche Nationalmannschaft hat ein bisschen, wenn man in die Vergangenheit zurückguckt, Probleme mit den zweiten Spielen der Vorrunde. Ist das Zufall oder ist das ein psychologischer Effekt? Oder was hat das für Gründe? Können Sie das einordnen? Ich würde da nicht zu viel reindeuten. Natürlich kann es sein, dass man rein von der Spannung, von der psychologischen Spannung, da auf das erste Spiel erstmal hinfiebert. Und dass man sozusagen auch den ersten Gegner ganz besonders gut studiert und dann vielleicht den zweiten so ein bisschen auf die leichte Schulter nimmt, gerade wenn man das erste Spiel dann auch gewonnen hat. Und bei diesem Modus, bei dieser EM, wir haben viel drüber gesprochen, da kommt ja sogar oft der Gruppendritte weiter im Idealfall. Also da ist vielleicht nicht der ganz große Druck. Aber ich würde sagen, Polen ist ein starker Gegner. Jeder der Deutschen hat das noch gut vor Augen. Denn in Warschau, in der EM-Qualifikation haben die Polen gewonnen. Das heißt, die deutsche Mannschaft weiß, was da auf sie zukommt. Das weiß sie ganz sicher. Und wie sie darauf reagieren wird, wie sie sich darauf eingestellt hat, das haben Joachim Löw und Sami Khedira gestern in der UEFA-Pressekonferenz. Zumindest ein bisschen verraten.